Was ist das, was du gerade gehört hast, dass du gesagt hast, irgendwelche Wissenschaftler, wir haben ja doch keine Ahnung von dir, oder? Vor allem, was in dir vorgeht, mein Schatz. Wo gibt's denn sowas? Ich weiß ganz genau, dass du genau alles verstehst, was ich sage. Ja, siehst du, ich wusste es doch, ich wusste es doch. Weißt du was? Wir machen uns heute einen tollen, wunderbaren DVD-Abend. Magst du Baden nehmen? Ich habe dir ein tolles Mantelchen mitgebracht. Und dann knabbern wir zusammen ein bisschen Gypsies auf der Couch. Machen wir das? Ich weiß. Das wird schön. Wir beide gehen die ganze Welt. Und jetzt gehen wir nach Hause. Und weißt du, was ich da mache? Ich werde dir eine tolle Geschichte vom Frühjahr einzählen. Ich weiß, dass du das magst. Komm, ich erzähl es dir. Hallo ihr Lieben. Ja, wir kommen bei einem neuen Video aus unserer Rubrik Love the Infacts. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ganz, ganz interessant. Ein nettes Gespräch mit dem Hund. Durchaus menschlich. Für uns auch ganz schön. Aber naja, es gibt schon ein kleines Problem dabei, denke ich. Wie im letzten Video schon angesprochen, gibt es natürlich verschiedene Beweggründe, warum wir uns Hunde anschaffen. Das ist ja zum einen vielleicht der Partner, der ausgezogen ist oder verloren gegangen ist, verstorben ist, wie auch immer. Kinder, die nicht mehr im Haushalt sind. Und da wird dann ein Hund angeschafft, der diese Position bekleiden soll. Kann er das? Nein, nicht wirklich. Er wird mit Sicherheit versuchen, aber uns ein Bestes geben. Aber es wird nicht funktionieren. Was machen wir dann? Wir, ja, wie wir gerade ganz eindrucksvoll und auch vielleicht, oder mit Sicherheit ein ganz klein wenig übertrieben, von meiner Frau hier, von Moni gesehen haben. Ja, wir reden viel mit dem Hund. Wir vermenschlichen ihn. Wir versuchen wirklich, aus unserer menschlichen Sicht heraus, eine Person in ihm zu sehen. Versteht uns der Hund, wenn wir so mit ihm sprechen? Nicht wirklich. Es sind einzelne Lauter oder Lautfolgen, die man einem Hund konditionieren kann, die mit bestimmten Befehlen dann verknüpft werden können und bestimmten Handlungen, die der Hund dann ausführt. Aber inhaltlich zusammenhängende Sätze zu verstehen, das übersteigt dann leider doch den Horizont des Hundes. Und da sollten wir dann vielleicht mal überlegen, inwieweit so eine Konversation mit einem Hund sinnvoll ist, ob es nicht vielleicht doch mehr Sinn macht, ja, auf eine hundische Ebene mit ihm zu kommunizieren, über Körpersprache, über Gestik, über Mimik, über Berührung, ja, so wie Hunde es eben auf natürliche Weise untereinander auch machen. Ja, ich hoffe, ihr habt vielleicht den einen oder anderen wiedererkannt in dem Video und macht euch mal Gedanken darüber, inwieweit man da, ja, vielleicht doch das eine oder andere ein bisschen abändern und anders machen sollte. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zugucken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.